Untertitelung im Auftrag des ZDF Position! Vermitt dein Händler! Sp Arbeitziell, markiert. Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminiert! Einer K.O. Hier ist es! Moment! Der hat mal Hilfe aufstehen von mir. Nein, passt schon. Ich hätte ihn auch schon wissen. Das hat schon gepasst. Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe ihn nicht getroffen. Frage mich nicht warum. Der hat Aimpot, er hat auf mich und dann gleich auf dich gezogen. schönes Ding Alter, das ist ein halbrucker Tomat, wie kann der so viele Schüsse auf einmal ausdessen? äh, 2-Munition M16, wie kann der so viele Schüsse auf einmal ausdessen? hm? den seconden, glaube ich, glaube ich Ich bin an ihm vorbeigeht und hab ihn bis jetzt wieder in die Brust. Ich bin dahin unterwegs. Die Kacke sind so langsamer. Ich bin dahin unterwegs. 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 Ich bin dahin unterwegs 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 unterwegs. holy shit der leuchtet sogar der damit hat er nicht gerechnet der horre der war schon siegessicher weil sonst hätte er nicht die dritte geht der mit urs war sie haben sie besorgen müssen ja es so es ich habe glaub dass die zweite die deswegen habe ich schon Da tut sich was. Vergesst das. Das ist sicher Ernerer. 1,2 Sekunden. 1,2 Sekunden. Vor uns loderts. Dort in die Richtung. Der loderts ist weg. Wir sind eingegangen. Sehr gut. Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein. B-Stepper, dass ich den aus dem e-GW schiess. Auf der Brücke. Donuts. Fix. Die müssen zu uns, oder? Nein, theoretisch ja. Es kommt ein Moped. Rechterseite ist an Forderns. Flickert runter. Flickert runter. Ich habe ihn gehofft. Komplett. Er ist angestiegen. Flickert runter. Er ist wieder aufgetiegen. Aufgetan. 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 Corona erreicht Einsatzgebiet. Du musst da. Aufgetan. 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 Ich habe ihn zweimal vorher angekittet. Das war halt so geil. Bei mir muss er aber aufgetan. Ich habe ihn direkt getroffen. Aber jetzt könnte er weniger. die meglia das gas bereitet sich aus ich nehme gerade die pikuline raus was war das gerade wichtige durchsage wichtige durchsage wie werden müssen wir denn ein bisschen was kurz nach dem airport airport dach rüberfliegen ich bin unterwegs umrindet und da kommt keiner oh ja vorderner neue position das kommt ich habe kein fahrzeug das auto ist fern ja dann zurückkost ja dann zurückkost wow das ist glaube ich die Pante von Bremse pikuline ist ein bisschen warten bis du siehst ich habe mir gedacht so hart ich habe mir gedacht ich habe mir gedacht so Da hast du ja auch am hinteren Seil aufgegangen, weil ich renne gerade zum Linken, dass er sich nicht pushen kann. Ich bin beiderseilig aufgegangen bis hier. Wer will sie langsam? Die SPA? Ja, ist normal. Aggressive Scharfschützen ist K. oder Schweizer. Ich bin erst gemütlich. Was? Von dort sind Schüsse Richtung Superstore. Sieh gesichtet! Ich hab noch nichts zum Schießen, weil ich deck noch immer die Hinterseiten auf, weil es anlaufen kann man will. Ja, Basti. Deine Seite ist dicht. Und die andere ist jetzt auch dicht. Jetzt auch. Nichts wenn einer raufkommt, dann nur mit der Gasmaske. Und das ist jetzt spätestens jetzt auch zu spät. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Gehen wir das an. Wir können... Es ist übersorisch. Dann ist wirklich ein Weg, wo du sagst. Du kannst doch bei erinnern. Weißt du, das andere Team ist offen, oder? Was sagst du? Unterwegs! So... Nimm mal Munkisten mit, gell? Was sind so Lachisten da drin? Ich bin mit dabei. Ich hab keine Munkisten. Ich hab keine Munkisten. 3m auf dem Halt rein. Ich hab keine Munkisten. wenn sie den neuen ausschießt und dann so gewusst ich hab so gewusst dass hinter uns noch was ist was in der bauer vorkommen da tut sich was das war Sauber! Nices Zusammenspiel, Mischi! Geil! Ich hab's angrengt im ersten Moment und dann hast du den ersten umgebracht und ich bin den zweiten geholt. Cool. Gut gelöst. Rein Richtung Beistischen. Weich hat eine Drohne. Jupp. Nein, die werden beide über 10.000 anhänger. Drohne und Selfretts. Im besten Fall. Hier warst du, oder? Weich hat eine Drohne über uns. Ich brauche Aufklärung bei meiner Position. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Die Drohne erreicht weiter. Was? Nein, die sind gerade einstiegen in den Lkw. Einer zumindest. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Die Drohne ist in der Luft. Die Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Da tut sich was. Was war's das? Was war's das? Deine Tat, du kommst durch. Das Gas bereitet dich aus. Der ist in der Luft. Der ist Reichter wie früher. Oben am Dach. Stopp runter. Aaaaah. oder hinten weiter zur beißtäschung was sieht das aus? oder? wo? mir kommt einer langlebige gasmasken, das wiegt nimmer holen wir wieder selbst jetzt guter plan noch einhundert mekanisliert ohne leid ne gewehr neue aufgebildung bei meiner position aufspüren ohne erreicht das gebiet mein feindliches team jagt dich jetzt werden wir noch verjogt ehrlich jetzt das gas kommt dann nicht hier fuhrens Achtung drohnentreistoff ist knapp zurück zur basis zum nachtanken das gebäude fuhrens drücke vor ja alle nicht so schnell ja 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 das gas kommt näher neue sicherheitszone wird markiert ja ich ja ja das Das Gas kommt! Kann Hindenburg verfahren? Er ist im vorderen Gebäude drinnen, oder? Da tut sich was! Hinter mir! Oben! Da tut sich was! Nein, in der Richtung! Scheiße ernst! Ja, da kommt! Bei mir unten! Ja, ich bin gerade... Ach, das ist die Beide! Sorry! Nichts passiert! Paske! Nein! An mir! Dein Leben gehört mir! Eins und zwei! Egal! Ich schiefe die nicht einmal! Ich schiefe die nicht einmal! Ja, aber die werden wir glieben können! Wir gehen an den Feind! Aber wir kommen wieder, um es zu Ende zu bringen! Mh... Schade! Hm... Ne, dann misst du jetzt wieder.